Und jetzt muss man irgendwann nicht gleich laufen. On the road zu Passen und Trampeten. So, meine Damen und Herren, wir haben gerade Kasten passiert und jetzt geht's hier in den Berg, damit wir auch mal sehen, wo wir eigentlich hinfahren müssen. Wir sind hier im unputzenden Kasten und jetzt geht's einfach in die Straße weiter Richtung Hamburg. Mitten durch die wunderschönste Oberfeld der Jura. Das ist nämlich das, was wir jetzt fangen, haben wir sich zwar in Zug voraus, aber jetzt, dass wir den ganzen Dreckstank voraus haben. Eine wunderschöne Landschaft. Und ich denke, das Grün hier kann auf jeden Fall mit dem Ausflussklub mithalten, hätte ich gesagt. Das wäre der jedes Wochenende. Ja, ein bisschen Dreck am Wochenende, muss ich auch sagen. Wir verkrallen uns ja unsere Gäste nicht. Nee, aber wir mögen die Dreckigkeit. Das ist der Anti-Club. Lauswitz-Musik und schiene ich wieder. Wir suchen fundamentals weiter. Ich gehe mal die Gäste bis zum Konsum. Wir melden uns dann wieder, wenn wir wieder am Gelände sind und zeigen euch dann, wie weit alles schon von einem Schiff ist. Bis dann.